Grüß miteinander, herzlich willkommen hier im Grossstadt-Dschungel der GOP-Zeitung in Basel. Hilfe, die Dinos sind los 25 Jahre nach dem Übererfolg Jurassic Park. Jetzt haben schon der fünfte Teil der Dinosaurier-Saga in den Kinos. Bei Ihnen am Dienstag schon im Briefkasten, Jurassic Park Schweiz, die aktuelle GOP-Zeitung. Wir haben also auf Spuren-Suche gemacht nach Dinos in der Schweiz, respektive was wir hier noch vorne sehen. Und ein hochinteressantes Interview ebenfalls in der Zeitung, nicht mit einem Dinosaurier, sondern mit einem Vertreter der Kunstszene. Eine Woche nachdem Rolf Knie, der GOP-Zeitung, sagte, 80% von den Kunstwerken an der Art Basel seien eigentlich Schrott. Eine Art Replik vom Direktor der Fondation Bayeler, von Sam Keller, hier in der aktuellen GOP-Zeitung. Hochinteressant und lesenswert. Ich wünsche Ihnen eine ganz schöne Woche. Untertitelung des ZDF, 2020